Hallo Freunde, heute wollen wir einen Blick in die G-F6-Variante der klassischen Variante der französischen Verteidigung werfen. Hier gibt es ein ganz bestimmtes Motiv, das sowohl die Weißspieler als auch die Schwarzspieler unbedingt kennen müssen, weil es für die ganze Stellung essentiell ist. Worum es hier genau geht, beleuchten wir in der Partie von Ivancuk gegen Wolkow und damit geht es auch schon los. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategien. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen, dann lass doch irgendeine Form von Reaktionen da. Danke dir. So, Vasile Ivancuk hat die weißen Steine, wir gucken aus weißer Sicht, die französische Verteidigung und nach D4, D5 Springer C3. Die klassische Variante. Schwarz spielt Springer F6, einen der Hauptzüge. Läufer G5, gibt es hier auch hier Steinitz-Variante, aber Läufer G5. Jetzt gibt es die Mercatio-Variante, also gibt es so viele Abwege, ist ja klar. Aber Schwarz spielt hier sehr, sehr solide diese D schlägt E-Variante. Springer E4 und jetzt steht hier bei Lichess zum Beispiel, dass es die Burn-Variante ist. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen, weil ich kenne die Burn-Variante nur klassifiziert durch den Zugspringer B8, D7. Aber Namen wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Hier spielte Schwarz nämlich einen anderen Zug, Läufer E7. Weiß nimmt hier im Regelfall auf F6 raus mit dem Läufer, um eben diesen Springer hier im Zentrum zu behalten. Und Schwarz schlägt mit G, schlägt F zurück und damit sind wir in unserer Ausgangstellung dieser Variante. Der Schwarze versucht so ein bisschen ein Ungleichgewicht in die Stellung zu bringen. Er versucht mit F6, F5 den Springer doch noch zu vertreiben, Einfluss aufs Zentrum zu bekommen. Dieser Springer könnte über D7 nach F6 dann nach Richtung E4 oder D5 die Felder kontrollieren. Der Turm könnte vielleicht mal über die halboffene G-Linie aktiv werden, je nachdem wie sich das Spiel entwickelt. Auf jeden Fall möchte Schwarz eine gewisse Unbalance reinbringen. Jetzt muss Weiß natürlich auch entsprechend gut reagieren können. Und hier folgen wir im Grunde einem Motiv, das für die ganze Stellung ganz, ganz wichtig ist. Und das hat mit dieser Struktur hier zu tun, mit diesem Doppelbauern. Nun zunächst einmal entwickelt Weiß sich weiter. Das ist völlig normal. Schwarz vertreibt den Springer. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg in diese Problematik. Denn die erste Frage ist ja, wo geht der Springer hin? Wir haben sicherlich viele Möglichkeiten. Früher bin ich hier immer nach G3 gegangen, aber war irgendwie nicht so dolle. Springer D2 ist eine Option. Und Springer C3 ist eine Option. Und wer sich nicht mit dieser Stellung hier vertraut ist, der wird den Zug Springer C3 vielleicht auf den ersten Blick sehr, sehr merkwürdig finden. Denn dieser Springer verstellt diesem Bauern hier den Weg. Ja, ich kann nicht mehr mit C2, C3 oder mit C2, C4 Raumvorteil oder im Zentrum absichern. Sieht alles ein bisschen komisch aus. Aber, und dieser Zug hat eine Idee, nämlich mit einer strategischen Idee verbunden. Und deswegen ist dieser Zug Springer C3 ja, mit so die Hauptvariante. Beide Seiten folgen noch der Theorie in Anführungsstrichen. Schwarz möchte mit B5 den Läufer fielenketieren. Weiß setzt seinen Läufer eben entsprechend auf diese Diagonale dagegen, damit die sich ausgleichen. Alles klar. Weiß rochiert. Und bis jetzt hier alles noch relativ normale Züge. Und Schwarz greift im Zentrum an. Und jetzt kommt das wichtigste Motiv. Und das ist eben das, was wir unbedingt kennen müssen und was in diesen Arten von Stellungen ganz, ganz essenziell ist. Der nächste weiße Zug, der ist nämlich D4, D5. Und jetzt müssen wir mal einen Blick riskieren. Was ist denn die Hauptidee von diesem D5? Nun, zunächst einmal möchten wir diesen Tausch hier vermeiden. Ja, in welcher Form auch immer. Wir machen mal eine Variante. Wenn es irgendwie zu diesem Tausch käme, dann würde diese schwarze Bauernstruktur völlig unangetastet intakt bleiben. Ob jetzt der Amttausch kommt oder Erstlaufer C5, das lassen wir alles mal dahingestellt. Aber die Bauernstruktur von Schwarz ist hier unangetastet. Safe, der Läufer kann dahinter. Alles wird gut. Aber in unserer Variante, und jetzt gehen wir wieder zurück, spielt weiß D4, D5. Und jetzt haben wir eben die Idee, dass Schwarz nicht so richtig auf D5 schlagen kann. Und da schauen wir uns mal zunächst mal ein paar Varianten an. Zum einen, wenn der Läufer hier schlägt, dann schlägt der Springer. Dafür steht er da. Und ist egal, ob jetzt mit oder ohne Damentausch, am Ende des Tages, sobald der E-Bauer schlägt, sehen wir eben eine deutliche Verschlechterung der Bauernstruktur von Schwarz. Nicht nur, dass der D5 mit hoher Wahrscheinlichkeit weg ist, sondern auch die Zersplitterung der Bauernstellung am Königsflügel, den F7 und den F5, das sind zwei schwache Bauern, die letzten Endes der Weiße auf verschiedene Arten angreifen kann. Natürlich mit der Dame. Er könnte mit dem Sprenger hier angreifen, irgendwann, wenn der Läufer zum Beispiel weggezogen ist. Oder mit Läufer H3 versuchen, den anzugreifen. Und dann würden, ja, vielleicht schon, dass der König offen steht, oder respektive auch hier nach der Rochade, hier eben, ja, ein gewisses Sicherheitsrisiko besteht. Hier würde Springer E. von Burings natürlich noch am besten sein, weil der sofort fällt. Ja, wir kriegen Tempo, wir kriegen Tempo, links und rechts und überall. Es ging mir jetzt aber auch nur hauptsächlich um diese Bauernstruktur. Und deswegen gucken wir hier in unsere Partie wieder rein. Und jetzt fragen wir uns, was soll Schwarz denn machen, wenn er den gar nicht schlagen kann? Ja, er kann ja auch nicht fortziehen, weil der Springer da drauf steht. Und, hm, wenn Weiß hier auf E6 schlägt und F schlägt E, dann ist zumindest schon mal diese Diagonale hier gefährdet. Vielleicht kommt die Dame da mal hin. Der E6 ist dann ein Einzelbauer, der angegriffen werden kann. Das sind natürlich alles so kleinere Schwächen, die dann für Weiß Ziel sein können. Und hier muss Schwarz natürlich sehr, sehr energisch reagieren. Und das macht er auch. Er spielt nämlich B5, B4 und greift jetzt seinerseits diesen Springer an. Der Springer, und jetzt müssen wir überlegen, der Springer kann gar nicht wegziehen. Weil sobald der Springer wegzieht, egal ob A4, E2 oder sonst wohin, hängt einfach der D5, den nimmt Schwarz dann mit einer Figur und dann wäre diese Struktur wieder intakt. Das heißt, mit anderen Worten, und jetzt, das ist natürlich noch Theorie, aber so Leute wie Ivanschuk und Wolkow, natürlich Weltspitze, ja, die kennen das natürlich im Schlaf und innen auswendig, ja, aber für uns ist es natürlich wichtig, erstmal überhaupt das Motiv D4, D5 uns zu vergegenwärtigen und was denn hier so alles passieren kann. Weiß kann den Springer einfach nicht wegziehen, weil er den Bauer nicht abgeben will. Und deswegen bleibt ihm keine andere Wahl, außer auf E6 zu schlagen, diesen Springer abzugeben und noch einen Schacht zu geben. Okay, jetzt seht ihr schon, ja, jetzt, ähm, mal abgesehen davon, dass Herr König natürlich jetzt so ein bisschen, hm, in Gefahr gerät, Weiß hat eine Figur weniger, dürfen wir nicht vergessen. Aber, was auch auffällt ist, quasi jeder einzelne Bauer von Schwarz ist vereinzelt, isoliert, rückständig, äh, schwach und wie auch immer. Und dadurch ist natürlich auch entsprechend der König, der hat keine, keine Sicherheit mehr. Im Grunde bildet sogar dieser F-Bauer von, von Weiß noch, naja, so eine Art Schutzschirm. Und deswegen lässt er den auch stehen, ja, als, äh, ja, in Turmen spielen würde man den Regenschirm zum Beispiel nennen. Wir schauen uns mal eine kleine Variante an. Wenn er den schlagen würde, kämen natürlich die weißen Figuren sofort mit Schacht, der B7 würde hängen, der A8 und dann die Dame hier raus. Dann würde der König ja einfach, äh, trostlos und hoffnungslos stehen. Das will man nicht unbedingt mit Schwarz. Deswegen wollen wir uns das gar nicht jetzt angucken, bevor sich das einer merkt. Und wir gehen in unsere Partie zurück mit König F8. So, und jetzt muss Weiß natürlich immer noch nachweisen, er hat eine Figur weniger. Ja, und ja, der König steht unrochiert, aber, naja, wie wir nicht zuletzt in unserem Video mit dem richtigen Abtausch gelernt haben, müssen wir überlegen, jetzt droht ein Damentausch. Und dann müssen wir überlegen, für wen wäre der Damentausch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit gut? Genau, für Schwarz. Warum? Weil der schwarze König unfassbar unsicher steht, während der Weiße super safe steht. Und dann ist natürlich die Dame ein dynamischer Faktor, der hier in irgendeiner Form vielleicht auf diese Diagonale mal kommen kann und damit den König belästigen kann. Und deswegen sollte Weiß unbedingt den Damentausch vermeiden, was er mit Dame E2 macht. Und dann möchte er zum Beispiel über E3 nach H6, oder? Okay, Schwarz sagt sich, na, weißt du was? Schwache Bauern hin und her sind ja auch mehr Bauern. Und der Bauer ist ja auch durchaus hier gefährlich, dass der schon vielleicht kurz vor der Umwandlung steht. Weiß entschließt sich, naja, All-In zu gehen ist noch übertrieben, aber er sagt sich, ich nehme das Tempo auf die Dame mit. Wir schauen uns mal an, was passieren würde, würde Weiß mit Turm A, B1, sich diesem Bauern hier versuchen zu holen. Nach Läufer E4, Turm B2, Läufer F6 sehen wir, dass die beiden Läufer natürlich schon super, super aktiv sind. Und nicht nur das, Schwarz hat auch alle Figuren jetzt im Spiel. Und dieser Läufer hat hier beide Felder unter Kontrolle, sodass dieser Springer hier nicht eingreifen kann. Naja, und dann fällt vielleicht wirklich mal der Bauer, der Turm kommt ins Spiel. Und das kann nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Und deswegen, in unserer Variante sagt sich Weiß, kommt lieber mit Tempo Figuren entwickeln und auf Aktivität und Angriff setzen. Dame B6. Sieht gut aus, weil nicht nur dieser Bauer unterstützt wird. Vielleicht droht er auch mal umzuwandeln. Zum FV1 droht Matt auf E7 und die Dame kann jetzt aber zur Hilfe eilen und geht nach F6 und deckt den E7. Und wir sehen hier eine sehr, sehr komplizierte Stellung. Eine sehr ungewöhnliche, eine atypische, aber für diesen Stellungstypen durchaus gar nicht so untypische Stellung. Ja, dass das Weiß eine Figur gibt, um durch die Aktivität, ja, den König und die Figurenkoordination, die Unterentwicklung, ja, alles auszunutzen. Aber wie geht's weiter? Und hier spielt Ivan Schub den guten Zug, oder auch noch theoretisch bekannt, C2, C3, um zumindest schon mal die, ähm, die Diagonale der Dame zum Bauern auch zu unterbrechen. Und jetzt würde auch Dame schlecht B2, vielleicht ein Tempo gewinnen oder sowas. Hat man nicht für den Hinterkopf. Und Schwarz spielt Läufer E4. Er möchte natürlich grundsätzlich, gucken wir uns eine kleine Variante an, er möchte natürlich grundsätzlich irgendwie sich entwickeln. Keine Frage. Aber erstens, und da sehen wir einen zweiten Vorteil von diesem Bauernzug, denn das Feld D4, das der Springer so anstreben würde, gerne auch in Verbindung, um damit Figuren zu tauschen, das ist damit verhindert. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an, ja, so diese unscheinbaren Bauernzüge, die scheinbar nichts drohen, aber gegnische Möglichkeiten verhindern. Auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen, genau, hat dieses C3 schon seinen Sinn. Und jetzt als Beispiel, wenn wir den Bauern schlagen, wir gewinnen ein Tempo mit Springer H4, jetzt drohen wir hier zu schlagen, vielleicht mal überall Fesslungen aufzubauen. Wenn der Springer wegzieht, kommt der Turm auf die siebte Reihe. Und das sind so die Hoffnungen für Weiss, aufgrund seines Entwicklungsvorsprungs eine Form von Druck, von Initiative aufbauen zu können. Und, ja, das möchte Schwarz alles nicht machen. Und er spielt deswegen erstmal Läufer E4 damit, falls Springer C6 irgendwann mal kommt, mit dieser Läufer nicht dahintersteht und wirkungslos bleibt in seiner Aktivität. Zweite Idee ist, dieser Läufer wirkt natürlich auf diesen Punkt hier hinaus, droht mal die Umwandlung. Das heißt, ja, auch das ist schon eine Drohung. Weiss spielt Sprenger H4. Wo die Dame da steht, ja, guckt der Läufer hier halt nicht mehr hin. Dadurch wird dieser Läufer getauscht und damit wird diese Umwandlungsgefahr gebannt. Wir haben auch, natürlich jetzt massiv Druck auf den E4, dass wir einen weiteren Bauern zu gewinnen drohen. Schwarz, ja, hat nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Er muss irgendwann mal gucken, dass er die Puppen rausbringt, ja? Sprenger C6, damit er auch die Grundreihe frei macht. Wir schauen uns wieder eine kleine Variante an, um mal zu demonstrieren, dass das hier alles schon gefährlich sein kann. Und zwar schauen wir mal, was passiert, wenn der hier auf G2 nimmt. Jetzt müssen wir, noch geht es so gerade eben nicht für weiß, aber wir müssen dieses Ablenkungsmotiv, und dass wir dann hier mit der Dame hochkommen, auf einmal könnte dieser Bauer hier gefährlich werden. Das liegt schon in der Luft, nur für den Hinterkopf. Noch geht es so gerade eben für Schwarz, weil Dame und König und Dame und Turm dieses Umwandlungsfeld noch beherrschen, ja? Und wir kommen hier auch nicht so richtig zu Potte. Also, aber vom Motiv her sollten wir uns das auf jeden Fall schon mal merken. Wir gehen in unsere Variante zurück. Schwarz entwickelt sich trotzdem, um die Grundreihe frei zu machen. Weiß nimmt auf E4 diesen Bauern mit. Und jetzt sehen wir, ja, Schwarz hat sich zu Ende entwickelt, aber nichtsdestotrotz, Weiß ist auch voll zentralisiert, voll entwickelt. Beide Türme stehen hier super, super aktiv. Der Springer kann auf F5 auch ein sehr, sehr schönes Feld. Diesen Bauern auf F7 kann Schwarz immer noch nicht so richtig nehmen, weil dadurch natürlich zum Beispiel auch diese Diagonale aufgeht mit Schach geboten, und der Turm kommt auf die siebte Reihe und, und, und. Naja, aber wenn ich den nicht nehmen kann, bedeutet das im Umkehrschluss, dass dieser Turm auch nicht mitspielen kann. Hm, okay, ähm, irgendwas muss er aber machen. Er versucht mit Turm D8 durch Tausch von Figuren, das wissen wir ja, wenn wir Materialvorteil haben, wollen wir Figuren tauschen. Ja, Weiß hat, ja, kein so großes Interesse, die Türme zu tauschen. Versucht, die Türme auf dem Brett zu halten, und dann bleibt nur im Grunde Turm B1, um diesen Bauern zu gewinnen und dann über die B-Linie hier vielleicht, über die siebte Reihe einzudringen. Schwarz sagt sich, na, Moment, ich habe auch einen Turm aktiv. Und ihr seht, beide Seiten kämpfen mit, mit allen, mit allem, was sie haben an, an Figuren, ja, um Aktivität. Der Springer geht zurück, vertreibt den Turm, okay, der geht zurück, damit dieser B2 fällt. Und jetzt riskiert Schwarz es, diesen F7 zu schlagen, um diesen Turm zu befreien. Warum geht das jetzt? Naja, der Springer von F3 hat im Augenblick keine Schachgebote. Und, ja, auf Dame, also eben eine kleine Variante, so Züge wie Dame, C4 Schach, König G7 helfen auch nicht so richtig weiter. Die Dame könnte zwischenziehen, der Turm kann hier gleich raus, vielleicht geht hier auch irgendwas. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen, was wir spielen. Und Ivancuk versucht mit allen Mitteln, die Initiative an sich zu reißen. Er spielt Turm B6, ah, schöner, raffinierter Zug, wie ich finde, denn der stellt eine Drohung auf. Und wenn Schwarz jetzt mal, mal, ganz unvorsichtig irgendwas spielt, sowas wie, ich mach mal eine Variante, sowas wie A5, dann gibt es hier den schönen Trick, Turmschlecht C6, und der basiert auf diesem Gabeltrick mit Schach und der weg. Und dann würde Weiß seine Figur zurückgewinnen und am Ende des Tages zwei Bauern mehr haben, plus diesen, ja, schlechten König. Das wäre eine, eine sehr, sehr vorteilhafte Stellung für Weiß. Also, auf diesem Trick sollte Schwarz nicht hereinfallen, macht er auch nicht. Er geht aus dieser Gabel raus, versucht hier mit dem König auch zum Damenflügel rüber zu laufen, um den C6 zum Beispiel gedeckt zu halten, den B6 zu vertreiben. Ja, absolut guter Zug. Turm E3. Weiß verbessert auch in kleinen, aber feinen Schritten seine Stellung. So ist der F3 vorsorglich mal gedeckt. Wenn der Springer, der plant jetzt auch irgendwie auf eine Route zu gehen, weil wegzieht, kann der Turm auch selber nach F3 schwenken, um hier vielleicht mal was zu gucken. Also, damit ist auch, auch dieser Turm aktiv am Spielgeschehen beteiligt. Turm F8. Jetzt, der präventiv schon mal gedeckt, das ist, das ist schon mal sehr gut. aber dafür hängt hier eben auch ein Bauer. Dieser Preis, den man bezahlen muss oder den man sich überlegen muss, ist dem Schwarzen hier die Aktivierung des Turmes diesem Bauern wert. Und ich würde sagen, ja, denn, ja, passiv hier stehen und nur um einen Bauern zu denken, das kann ja auch nicht der Lebensinhalt von einem Turm sein. Aber nichtsdestotrotz, Bauer ist Bauer. Jetzt haben wir nämlich schon drei Bauern für die Figur plus diesen schlecht stehenden König hier. Also, ihr seht, wie kompliziert diese Stellung hier ist. Und, da wird man dann auch wahrscheinlich irgendwann in Zeitung kommen und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier, dann ist es in der Praxis wahrscheinlich für Weiß oder für den Angreifer einfacher zu spielen als für den Verteidiger. Turm F7 greift die Dame an, ein Schach, man zieht die Dame weg. greift vielleicht mal den an oder den. Wobei, Achtung, den C5 vielleicht noch nicht wegen Abzugsschach. Auf solche Tricks müssen wir mal achten. Jetzt sagt ihr, Moment, Trick und Falle und Gegenfalle, der kann ihn ja gar nicht schlagen, weil der hier gefesselt ist. Ihr seht, man muss immer aufpassen, man muss höllisch aufpassen auf alles an Feinheiten und Schwarz sagt sich erstmal, ja, dann rette ich eben den Bauern hier und jetzt müssen wir uns mal eben eine kleine Variante angucken. Und zwar hat er gespielt, König G2, um eben aus der Grundreihe rauszugehen, damit eventuelle Turmmanöver ohne Schach sind. Das ist, ja, dieses Tempo ist natürlich wichtig. Zum anderen ist und bleibt jetzt der F3 noch mehr überdeckt. Wir gucken uns eine Variante an und stellen fest, was passiert, wenn wir jetzt hier diesen Bauern schlügen und wir wissen, ah, dieses Schach hier, ja, das geht, kann man machen. So, aber jetzt ist ja heul, heul, aber alter Indianertrick, die Figur, die festhält ja nicht nur den E7, er muss ja auch noch den F3 bewachen. Und was ist denn, wenn Schwarz jetzt hier auf F3 schlägt? Seinerseits den Turm ablenkt und jetzt hängt hier auf C5 auch eine Figur. Ah ja, es hat kompliziert. Jetzt hat, jetzt hat Schwarz zwei Figuren mehr. So, Gott sei Dank kriegen wir das so, na ja, wir haben, wir haben drei Bauern, respektive vier Bauern, mit Weiß. Jetzt müssen wir den hier zurückschlagen. Jetzt haben wir hier vier Bauern für die Figur. Puh, aber technisch natürlich super, super schwierig zu spielen, ja, keine Frage. Und einen Angriff haben wir hier auch nicht mehr. Ah ja, aber allein solche kleinen Varianten wollte ich euch natürlich zeigen, weil die sind natürlich, die kommen so selten aufs Brett, respektive, upsala, ähm, A5, genau, die kommen so selten aufs Brett, weil sie einfach übergangen werden, oder so, aber, aber solche Feinheiten, ja, drauf basieren, dann am Ende die Züge, die gespielt werden. Okay, weiß spielte König G2. Jetzt wissen wir auch, warum. Er wollte, er wollte im Mittelspiel mehr erreichen. Turm ablenkt, versucht den E7 zu decken. Jetzt hängt aber der nächste Bauer. Es ist der Wahnsinn, ne? Der König versucht wieder wegzufliehen und wir sehen die nächsten, also, ohne dass jetzt hier irgendwie so richtig konkret irgendwas droht, weiß versucht immer wieder seine Figuren Richtung König zu orientieren und den zu beschäftigen, ne? Auch hier mit diesen Fesselungen, der Springer kann nicht ziehen, weil hier mal ein Schacht drohen könnte und so weiter und so fort. Schwarz hat selber überhaupt keine Schachgebote und das ist in der Praxis super, super unangenehm zu spielen. Fühltig geachtet und selbst wenn wir hier nicht jeden einzelnen Zug jetzt genau so spielen würden wie Ivanschuk, so sehen wir doch schon, dass es ja immer Schach und immer Nerven, das ist schon unangenehm für Schwarz. Zum F7, einmal die Züge wiederholen, wegen den Indianertrick kennen wir ja auch, sagen wir schon mal zwei Züge weniger bis zum 40. Dann mache ich hier oben einen Schach, laufe F8. Ja, und wir sehen, alle weißen Figuren stehen aktiv, während die Schwarzen mit Verteidigung und ja, unkoordiniert sind. Und auf einmal kommt der Weiße mit dem nächsten Turm hier rein, hat hier zwei Türme oder zwei Schwerfiguren auf der achten Reihe. nebenbei ist ja auch noch der C6 hier so ein bisschen in Gefahr. Turm G6, versucht alles zu decken, aber weiß, wirft die nächste Figur respektive den nächsten Klotz ins Rennen mit H4. Der Springer möchte über G5 jetzt auch am Angriff teilnehmen. Der Springer kann dann ja zum Beispiel über E4 hüpfen mit der Gabel. Er droht hier diese beiden Felder wegzunehmen. Dieser Bauer selber kann ja auch mal vorrücken. Also ihr seht, peu a peu verbessert weiß seine Stellung hier. Und deswegen die Aktivität ist unfassbar wichtig. Die Dame versucht zurückzugehen. Turm B7 geht auf die siebte Reihe. Geht jetzt zurück. Da kommt der Springer. Eieieiei. So, jetzt ist wenigstens der Turm hier nicht mehr auf der sechsten Reihe. Denkt sich Schwarz, dann kann ich den Springer aktivieren. Aber, und jetzt kommt das Grand Final sozusagen. Wir haben den vierzigsten Zug erreicht und im vierzigsten Zug konnte weiß wieder so ein bisschen nachdenken und hat hier auch den, ja, den Knockout gefunden. Findet ihr den auch? 3, 2, 1 und zwar spielt weiß Turm F7. Greift die Dame an? Ja, aber okay. Die Dame sollte nicht schlagen, weil der Springer draufsteht. Und der Springer hat Schwierigkeiten, weil dann die Verbindung der Dame hier auf der F-Linie unterbrochen ist. Und dann werden wir hier aber mal schnell mit Schachs und Mathe und so weiter arbeiten. Wir können hier auch Turm H8 spielen. Ich glaube, das war auch gut. Hier gewinnt wahrscheinlich alles. Turm F7 auch schon. Am Ende des Tages gewinnt alles. Wir haben 1, 2, 3, dreieinhalb Angreifer rund um den König. Ja, das ist natürlich hart. hier in der Partie hat Schwarz deswegen nach und müssen wir in unsere Variante und so Hauptszena. Hier in unserer Stellung hat Schwarz nach Turm F7 wahrscheinlich auch völlig zurecht aufgegeben. Puh, was für Partie, ja? Und wir gucken uns nochmal an dieses D4, D5. Das ist der Kern der ganzen Stellung um wegen der Bauernstruktur. Darum geht es in dieser Eröffnung. Den müsst ihr euch merken, sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.